Moin moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Resident Evil 4. HD und Ui, ihr wisst Bescheid. Ja, im letzten Part haben wir neue Gegner kennengelernt, mehr oder weniger. Im vorletzten Part war das die Regenerators. Und ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier weiter. Wait. Ah, okay. Ja, ja, ja. Wait. Oh, dieses Lichtflackern ist... So, wie sieht es hier aus? Okay. Sie sollte hier eigentlich relativ safe sein. Hoffe ich mal. Mehr oder weniger. Oh, guck mal, was will kaputt. Du bist aber schnell der Ashley. Oh, wunderbar. Geh nach uns! Oh, da ist Geld. Eine Brandkanat habe ich noch. Genau, brennt, meine Freunde. Brennt, brennt in der Hölle. Guck mal, so viele und die haben noch nicht mal... Oh nein, die haben noch nicht mal was gedrumpt. Die Arschlöcher. Oh, da haben wir noch mehr. Oh, ihr kommt jetzt auch von ganz hinten. Ihr seid mehr... Welche? Hallo. Hallo. Wir machen das Auto mal wieder brummbrumm. Muss es, glaube ich, nur einmal anschießen. Das Auto? Hallo. Aber nichts ist ein bisschen Geld. Ich leide erst mal nach. Mal schauen, was hier so abgeht. Ich frage mich, woher Ashley so ein Ding überhaupt steuern kann, wenn das Ding überhaupt eine Gangschaltung hat. Was? Hallo? Alter! Los, 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 Leon, lauf! Oh, das ist dein Ernst, Erschle! Oh, das ist dein Ernst, Erschle! Das ist Munition, die will ich auch nehmen! Das ist Munition, die will ich auch nehmen! War es das jetzt, oder sind da noch mehr Dullis? Ich muss ja eigentlich nur den Hebel betätigen, ne? Mehr oder weniger. Oh, hier sind Kisten. Sehr wertvolle Kisten. Okay, das ist Müll. Was haben wir denn hier schönes? Rotgebirge, ja, hallo. Jetzt kommen bestimmt noch mehr, oder? Hm. Aber komm, Ashley. Wir gehen erstmal wieder auf die Schurb. Wie weit ist es denn noch? Ah, nicht mal weit. Okay. Aber das kennen wir ja auch schon mehr oder weniger, wo wir auf den Schienen gefahren sind mit so einem Wagen. Kommen wir jetzt nicht auf den anderen Waggon, genau. Das kommt aber, glaube ich, von allen Seiten. Von hinten und von vorne, oder? Hallo. Oh ja, ist klar. Ey. Spitzkoll, oder? Hinter dir. Das Geld kann ich nicht mal einsammeln. Nein, nein, natürlich nicht. War ja klar, irgendwie. Das schöne Geld. Ein schönes Geld. Ja. Na ja. Wenigstens leben wir noch. Das Ding ist hinüber. Funktioniert nicht mehr. Oh, das war gerade blöd von mir. Money, 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 money. Was ist das hier? Hier liegt doch ein Buch. Kann ich das lesen? Nein, da steht nur Speichern. Okay. Was hast du denn schönes für mich? Was hast du denn? Ich habe eine Selektion von guten Dingen auf Verkaufs, Stranger. Was hast du verkauft? Was hast du denn? Ist das alles? Hehehe, danke. Danke. Was kaufen du? Komm zurück, Baby. Schauen wir mal kurz ab. Und vielleicht kann ich ja dann noch einmal kurz zurücklaufen oder so. Beziehungsweise, wir gehen jetzt noch mal ein Stück voran. Und schauen, dass wir irgendwie die 80.000 dann zusammenkriegen. Mal kurz auf der Karte schauen, dass es da weitergeht. Ich kann sie fühlen. Und dann werden sie immer so stark in dir. Sadler! Oh, er kann meine Dings kontrollieren, ne? Vielleicht kannst du resisten. Aber du kannst nicht überraschen. Jetzt komm zu mir, Ashley. Was? Verlieren wir Ashley jetzt schon wieder? Lol. Was? Aber die Augen sehen nice aus. Leon kann sich noch wehren, aber... Aber vielleicht will er auch eine Frau haben. Das kannst du auch haben. So als einsamer Mann... So als einsamer Mann... Ihr habt doch keine Ahnung. Kranker Dude auf jeden Fall. Es ist bereits begonnen. Ja, damit ist das Kapitel zu Ende. Wir speichern natürlich. Oh, Mäschle. Oh, ich höre sie schon wieder. Unterliege erstmal Geld. Ne, Moni... 5000 Piseten. Da liegt doch auch was. Oder? Ein kleiner Trostpreis. Unser Plan. Ah, den auf dem Foto kennen wir doch. Das war doch der Bürgermeister, den wir getötet haben, ne? Wegen des Amerikaners haben wir Mendes und Ramon verloren. Wir werden unseren Plan dennoch vollenden. Ich muss jedoch zugeben, dass der Verlust meiner Männer zu Problemen führt. Aber damit muss ich klarkommen. Sie sind nicht leicht zu ersetzen. Ich muss weise wählen, denn die Plagers spiegeln das Gewissen ihres Wirts wider. Wenn ich falsch wähle, werde ich hintergangen. Gut, das ist gut zu wissen. Ich brauche Männer, die mir Treue schwören. Durch Seras Verrat habe ich meine Lektion gelernt. Diesen Fehler mache ich nicht noch einmal. Ich kann und will nichts und niemanden meine Pläne durchkreuzen lassen. Na, da hören wir es. Also bei Sarah, ne? Oder war das richtig? Egal. Na gut. Ich höre auf jeden Fall schon wieder den einen oder anderen Gegner. Gibt es hier was? Kann man auch so schlecht sehen. Geht nur da lang. Wobei... Wobei... Ich habe es noch nicht. Wobei... Was ist das? Es ist das? Ich finde, sie hat einfach gewöhnen. Wir haben das. Ich bin so richtig. Ich glaube nicht nicht, bei dir auch an Wesker. Wenn du so was machst, das wirst du dir. Ist das so? Du weißt, ich habe Wesker lange vor dir kennengelernt. Wir sehen uns bald genug, wenn du es getan hast. Ja, wir sehen uns. Oh, da liegen noch mal Peseten. Ne, Munition. Wo ist denn der nächste Händler? Oh, da vorne. Ja, Bro, wo seid ihr denn? Ich sehe sie nämlich gerade nicht. Ich höre... Ich muss von rechts kommen. Ah, da unten. Da kommen sie. Hallo. Hallo. Dich messen wir einfach mal. Suplex! Wie viel Geld haben wir? 80.000. Okay, wir sind jetzt hier. Okay. Hier muss ich aufpassen, wo ich lang gehe. 100 pro. Hat er sich da einfach hinter versteckt? Ich glaube es nicht. Äh... Ah, mein Controller. Mein Controller. Natürlich. Ich habe noch einen gehört. Wahrscheinlich oben. Wo geht's denn hier lang? Wo geht's denn hier lang? Hier geht's auch noch wo lang? 3.000 Visiten. Sonst gibt's hier nix. Na gut. Wo, jetzt geht noch nach rechts lang. Und noch nach oben. Doch. Ah, hallo. Und das alle. Hier muss ja irgendwas sein. Gut. Okay. Gibt's hier noch was, was ich aufdenken kann oder so? War es nur für da... Dafür bin ich hergekommen. Ach komm. So, wir gehen weiter. Guten Morgen. Was haben wir hier? Wirst mal das Geld haben. Okay, da geht's rauf. Da muss ich lang gehen. Gibt bestimmt gleich einen Bossfight oder so. 100 pro. Die Frage ist, ob es gegen Ada oder gegen... Ja, gegen den Russen war es... Ah, das wollte ich nicht. Ich bin ein Idiot. Aus. So. Okay. Wir sind hier gerade aus. Passiert doch gleich was. Natürlich. Irgendwas passiert. Ja, Ada. Natürlich. Nein. Russki. Sehr schnell. Ah, ich hab... Ich hätte R2 und L2 drücken müssen. Damit hab ich nicht gerechnet. Das ging doch ein wenig zu schnell. Das war knapp. Aber es ist bestimmt Gift in der Klinge, oder? Ich bin... ...Komrade. Und du, Krauser? Ich sterbe in einem Crash zwei Jahre vor. Ist das, was sie dir sagten? Du bist derjenige, der hat Ashley getötet. Du hast dich schnell getötet. Wie erwartet. Nachher wissen wir beide, woher wir kommen. Wahnsinn. Du konzentrierst dich auf das Gespräch und das ist voll unhöflich. Ja. Dann will ich auf einmal, dass du reagierst. Ja. 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 Die Person. Ja. 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 Ich brauchte sie, wenn die Sadler in mir gefreutte. Wie du, ich bin Amerikaner. Du hast sie involviert, nur für das? Nein, unser Messer? Natürlich. Ja moin, halt's auf. Ada ist auf unserer Seite mehr oder weniger, aber sie ist, glaube ich, so eine Doppelagentin. Mehr oder weniger. Vielleicht ist es Zeit, dass du mir gesagt hast, warum du hier bist? Vielleicht ein paar andere Mal. Du bist mit deinem alten Freund? Wie gesagt, ich habe es gemacht. Wunderschön. Ich wollte meine spezielle Gäste auf der Island fühlen sich nicht mehr. Ich glaube, dass ich dich bedanken, oder? Ah, ich habe eine Idee. Since du hier bist, warum ich dich nicht an It? It. Das sollte dich beschäftigen. Ich kann nicht den Namen vergessen, oder? Ein Senior Moment, vielleicht. Oh! Ha, 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 ha. Enjoy the fun. Ja, aber wir haben jetzt zumindest mal auch ein bisschen Info-Marrationen wiederbekommen, das finde ich schön. Das sieht schon nach einem Boss, ja. Das sieht mehr oder weniger nach einem Bossfighter aus, oder? Ah, da vorne. Oh Gott. Oh Gott. Ja, moin. Moment. Moment. Ich muss im richtigen Moment durchlaufen. Stehen bleiben. Außer fast wie bei Crash Bandicoot. Und dann durchlaufen. Verdammt. Ist gar nicht so einfach. Vielleicht sollte ich es mir doch ein bisschen länger anschauen. Den ersten kriege ich hin. Ja. Stop. Genau. Und jetzt hätte ich durchlaufen müssen. Habt ihr gesehen? Jetzt. Aber das war kaum unerwartet. War das alles? Hier ist also sein Thronsaal von Saddler. Erstmal bequem machen. Ja, er sieht auch genau aus wie so ein Herrscher. Oh, guck mal. Da oben geht es etwas. Es geht hier aber weiter. Ja. Ah, guck mal, was wir hier haben. Was haben wir hier? Ich muss jetzt mal kurz einen kleinen Schluck trinken. Hier verzeichne ich, was ich über die Las Plagas herausgefunden habe. Sie haben drei Eigenschaften. Wie erwähnt können die Las Plagas die Verhaltensmuster ihrer Wörter ändern. Zweitens. Zweitens. Sie sind gesellige Organismen. Damit meine ich, dass sie nicht alleine, sondern in Gruppen leben. Man nimmt an, dass sie über kollektive Intelligenz verfügen. Dieses Verhalten findet sich bei einigen Insekten wie Bienen und Ameisen. Für Parasiten ist das jedoch sehr ungewöhnlich. Vielleicht ist es eine erlernte Verhaltensweise. Ich finde heraus, ob das mit ihrer ersten Eigenschaft zusammenhängt. Drittens. Die Plagas sind anpassungsfähig. Entschuldige. Sie können eine symbiotische Umgebung entwickeln und von vielen Wirten leben. Diese Fähigkeit und ihre Gruppenverhalten ermöglicht es ihnen, unabhängig von Organismen zwischen Wirten interagieren zu können. Ich muss gestehen, dass ich von den Plagas so fasziniert war, dass ich die wahren Gründe für die Forschung der Los Illuminados nicht bemerkt habe. Obwohl ich wusste, dass Settler die Ergebnisse missbrauchen würde, musste ich einfach weiter forschen. Daher bin ich ebenso verantwortlich für dieses Chaos wie er. Kann ich alleine ihre Pläne vereinbaren? Da ist noch ein Raum. Mit einem roten Kraut. Mit einem roten Kraut, okay. So. Ja, mein Freund. Willkommen! Willkommen! Später kaufen. So. Wir haben nämlich das Glück jetzt. Hehehehe! Ist das alles? Hehehehe! Hehehehe! Danke! Was kaufen Sie? Sturmgewehr, exklusiv. Ist das alles, Stranger? Danke. Oh mein Gott. Das haut richtig rein. Oh mein Gott. Das freut mich. Ich kann... Ich kann mir ja noch einen... Dings kaufen. Nee, erster Verspekt kann man nicht kaufen. Any time. Ja, ja, ja. Aber was wir nochmal kurz machen können... Kombinieren. Mehr oder weniger ein bisschen Ordnung. Dabei wartet man. Zack. Ja. So, so, so. Ah. Komm, so ist dann auch noch... Na gut, dann würde ich sagen, setzen wir hier auf jeden Fall einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo. Und dann kommt es da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Resident Evil 4 wieder. Bis dann! gestureern. hin. Gh